Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Eve Echos Video. Heute erkläre ich und Eberdor euch mal so ein bisschen, wie genau funktionieren die extrem schweren Missionen, wo viele daran bestimmt scheitern, kann ich mir gut vorstellen. Wie unter anderem, als Beispiel diese 1,5 Millionen ISK Mission, werden wir gleich so zeigen, Stück für Stück. Natürlich muss ich ein bisschen schneiden, weil es wird ein langes Video sonst. Und das Ganze gilt auch für 2 Millionen, 2,5 Millionen, für 4 Millionen, 4,5 Millionen. Für all diese Missionen gilt genau das gleiche Prinzip, was ihr machen müsst. Also erstmal natürlich ist es sinnvoller, wenn ihr zu zweit spielt, mindestens. Es geht zwar alleine auch, kein Problem, aber es dauert viel länger. Vielleicht braucht ihr sogar eine Stunde, wenn ihr Pech habt. Es dauert viel, viel länger. Ihr öfter reparieren müsst natürlich. Und wir versuchen euch mal den einfachen Weg zu zeigen mit einer Zweierflotte. Was denke ich, die meisten von euch hinkriegen sollten, oder? Eberdor. Ich glaube, zwei Leute geht. Kriegt man ran, oder? Also zwei Leute gehen, ja. Ja, Leute, dann trefft ihr euch am besten natürlich erstmal im Gebiet, wo ihr hinwollt. Wir docken mal ab, Eberdor. Ja, ich docke noch, ich docke noch. Schwarze Screen, ich docke noch. Okay, bin da. Und ja, Leute, ich weiß, die Grafik ist am Handy, äh, ist jetzt am Bildschirm hier nicht so schön. Am Handy schon. Vertraut mir da mal. Also, Leute, man sucht dann natürlich sich die kosmische Anomalie auswohlen hinwillen. Ich muss meine Kamera ausmachen, ist mir so besser für das Video. Bist du da, Eberdor? Ja. Okay, also, wir gehen jetzt rein in, ähm, KI erwachen, wollte Eberdor, glaube ich. Das sind beide, ich habe nämlich gerade zwei Missionen für 1 Kaufen. Also, ihr geht mal rein, trefft euch mit eurer Flotte. So, dann drückst du auf die Mission, dann Flottenkommando, also du musst das Chef sein, oder der Stellvertreter, und dann kannst du deine Flotte in das Gebiet rein warpen, also einfach reinballern. Was du aber auf keinen Fall einfach so machen sollst. Du drückst deinen Finger lange auf Flotte warpen, und dann kannst du dir einen Umkreis einstellen. Wenn du sagst, yo, das könnte eine Hartkommission sein, geh besser weiter weg. Du siehst ja den Kreis, dann kannst du bis zu 100 Kilometer. So weit bist du dann von der Anomalie weg. Wir nehmen jetzt mal 80 Kilometer, und ich warbe jetzt sozusagen mich und Eberdor in diese Mission rein. So, Leute, wir sind nun im Gebiet angekommen, ihr seht, ich bin komplett stehen geblieben, die Gegner sind um die 70 bis 80 Kilometer weg. Perfekt. Warum das Ganze? Ähm, jetzt haben die Gegner Zeit, sich an uns anzunähern. Sie wollen uns ja einfach auslöschen, also wir haben Bock drauf, uns umzutöten. Das heißt, die kleinen wendigen Schiffe kommen jetzt viel schneller zu uns gerast, als natürlich die großen Schlachtkreuzer, ne, und Schlachtschiffe, was auch immer, ne. Ihr seht ja um die Kilometer. Manche sind viel weiter weg, manche kommen viel schneller näher. Das ist schon mal ziemlich geiler, ähm, um die Kleinen mal loszuwerden, bevor ihr euch um die Großen kümmert. Dann solltet ihr rechts auf jeden Fall immer euch die Station auswählen, und schon mal, wenn es sein muss, in die jeweilige Richtung annähern, damit sich euer Schiff dreht. Ihr seht ja gleich, die Karakai wird sich drehen in die Richtung der jeweiligen Station, und sobald ich dann nämlich auf, ähm, ähm, worten drücke, also dass ich mir verpisse hier aus dem Gebiet, weil ich reparieren muss, kann ich instant losfliegen und muss nicht, ähm, mich erst mal umdrehen und so weiter. Ist schon mal sehr wichtig. Das ist nämlich viel Zeit, die euch sonst wahrscheinlich ein bisschen, äh, das Leben kosten könnte, ne. Ausrüstungen kann ich empfehlen auf jeden Fall, das blaue Schild unbedingt, ne, und auch unbedingt das rote Schild, auf jeden Fall mitnehmen, ne, ganz wichtig. Und, das war's im Großen und Ganzen schon. So einfach ist das. Also erstmal gegeneinander rankommen lassen, ihr seht ja, manche sind viel, viel schneller. Die Kleinen kommen normalerweise noch schneller, aber ich seh grad gar keine ganz, ganz kleine. Wir gucken mal rechts, ihr könnt mir auch auf Schiffe drücken, dann seht ihr alle Schiffe, die da sind, ne. Ihr seht auch die Kilometer hier nochmal rechts. Ihr seht zum Beispiel, dass die Drone Thorax 64 Kilometer dran ist, also die sind am nähersten an euch dran. Aber es sind alles ziemlich große Schiffe, bis auf die Icarus, und die sind ziemlich langsam, muss ich sagen, diesmal. Die will nicht so richtig, die will nicht so richtig immer da. Aber das ist euer Hauptplan, ihr geht weit weg rein ins Gebiet, wartet, bis die schnellen Schiffe bei euch sind, die euch zum Beispiel auch festhalten können, löscht die aus und dann erst die großen Kreuzer. Und das bei jeder Welle. Also wir lassen uns mal diejenigen ein bisschen rankommen und dann werden wir ein bisschen rumballern. Ähm, Leute, natürlich, wenn ihr jetzt so unterschiedliche Schiffe habt, wie ich und Eberdor, wo ich zum Beispiel jetzt einfach eine Karakal fliege, bedeutet mit Raketen, ich brauche eine gewisse Distanz, bis ich überhaupt mal irgendwas treffe, Eberdor kann mit seiner Kanone viel, 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 viel weiter weg schonmals abballern, ne. Also das ist ein riesen, riesen Unterschied. Und das könnt ihr auch zunutze machen, ne, dass einer sagt, jo, er bleibt weiter weg und schießt dort drauf, und einer sagt, jo, ich geh halt ein bisschen näher ran, dafür nimmt man zum Beispiel Nosferatu mit, um die Gegner ein bisschen Energie abzusaugen, plus dazu einen Wappi-Fire, um den Gegner zu verlangsamen, ist auch eine schöne Sache. Kann man auch so ein bisschen absprechen, ne, mit der verschiedenen Crew. Wenn einer Laser spielt, einer Kanone, einer Raketen, einer, äh, ich kann den Namen nicht merken. Railgun? Genau. Oder Zerleger gibt's ja jetzt auch schon, haben auch ein Video zurückgemacht. Und so unterscheidet sich das Ganze einfach. Können ein bisschen so eure Stärken und Schwächen ausnützen. Aber sind wir immer sehr sinnvoll, sich in Richtung der Station auszurichten schon mal, wo man dann abhauen will, wenn man jetzt nicht unbedingt an die Gegner ranfliegen will. Ähm, die Einbausachen, die wir natürlich jetzt, äh, dabei haben, ähm, das sind jetzt speziell jetzt für, äh, Minmata und Kaldari-Schiffe, weil es in der Regel sind das Schild-Tanks. Genau, genau, das, genau. Ähm, es gibt natürlich auch Äquivalente zu dem, was wir jetzt haben für die, äh, anderen zwei Fraktionen, für die, ähm, Galente und Amar. Das sind Panzertanks. Äh, da kann man halt sich aber ein bisschen daran orientieren, weiß, okay, was ist halt wichtig. Ähm, und ihr wollt halt möglichst lange in der Mission bleiben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist euch zum Besten. Wenn ihr gar nie rauswoppen müsst, ist es das Beste, was euch passieren kann, ne? Wenn ihr gar nicht zur Station müsst, weil ihr nie reparieren müsst oder so ein Scheiß, ne? Aber ihr seht zum Beispiel schon, die Argos ist von mir 34 Kilometer weg, rechts rum, und Eber da ballert sie schon an. Ich könnte noch immer nicht treffen, ne? Ich triff so auf circa 23 Kilometer. Seht ihr, jetzt seht ihr Damage oben in der Mitte reinkommen. Und ab 20 Kilometer kann ich dann auch sogar noch, äh, meine Drohne rein schicken. Je nachdem natürlich, wie weit ihr eure Waffen erforscht habt, welche Waffen ihr trägt, ist natürlich ein großer, großer Unterschied. Ja, das kann auf jeden Fall sehr variieren, ja. Genau. Und ihr seht dann, Leute, ein Schiff ist jetzt 19 Kilometer neben mir, und der Rest ist noch so um die 40 weg, 35, 40. Und so könnt ihr halt, wie gesagt, eben die schnellen Schiffe rauspicken und erst mal die löschen, bevor die großen, ähm, Kreuzer kommen, beziehungsweise Schlagkreuzer. Natürlich könnt ihr auch immer wieder gegenheilen, ihr stillt ja eh gerade nur rum, so wie ich gerade. Ist natürlich jetzt ein bisschen nicht so spannend, maybe, aber das ist der, so ich sagen, der Move, der euch auf jeden Fall die schweren Missionen schaffen lässt. Natürlich könnt ihr auch mal scheitern daran, aber aus vielen lernt man, ne? Wir sind am Anfang auch aus Spaß mal mit unseren, ähm, T4 Kreuzer in eine 4,5 Millionen Missionen reingeflogen und sind natürlich abgeschossen worden. Das kann natürlich passieren, ne? Aber ich seh jetzt schon, 75.000 zum Beispiel, what the fuck, so viel Geld, und das kommt ja noch dazu, ne? Man kriegt ja das Kopfgeld auch noch, nicht nur die Missionsbelohnung, sondern ja auch noch das Kopfgeld obendrauf, ne? Aber das, äh, was das am Ende mit ausmacht, ist auf jeden Fall der Loot. Auf jeden Fall, ja, da könnt ihr es auch bei, zum Beispiel, alles über, ich glaube, es war über 2 Millionen Missionen, da kann auch nämlich, ähm, Fraktions-Loot droppen, der extrem viel wert ist, denn den kann man immer ausrüsten. Es ist egal, ob du Technikstufe 1 bist, Technikstufe 5, 6, 7, 10, es ist egal, jeder kann diese Ausrüstung nutzen und, und, ja, so begehrter ist sie auch allein schon deswegen und weil sie einfach viel besser ist als die ganzen MK5, MK7, MK3-Teile. Aber ja, ich seh schon, ne? Es sind fast keine Schiffe mehr da, die anderen sind noch 30 Kilometer weg, die schwersten Schiffe. Das müssen die Schlachtkreuzer sein, ne? Die Mömi dann, oder? Oder sind das noch Kreuzer? Genau, die, ne, ne, das sind, äh, Schlachtkreuzer, genau. Seht ihr, und ihr seht ja schon, wie langsam die sind, ne? Das dauert Jahre, bis die gefühlt mal hier sind. Und derzeit können wir schnell anabknallen. Ihr könnt das Ganze auch noch verlängern, indem ihr sagt, yo, ähm, ich fliege weiterhin in Richtung der Station, wo ich ja im Notfall hinwoppe, ne? Umso mehr entfernt ihr euch nämlich auch von den Gegnern wieder, ne? Die Schnellen kommen natürlich trotzdem schnell noch näher und die anderen, ähm, bleiben euch einfach weiter fähren, ne? Weil ihr einfach schneller seid als die Gegner. Wenn ihr auch noch einen Nachbrenner mitnehmt, einen Afterburner, ha, 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 dann seid ihr natürlich noch schneller weg von den Gegnern, ne? Und, es gibt noch so eine Sache natürlich, äh, wenn ihr rechts nämlich auf eure kosmische Anomalie drückt, in der ihr gerade drin sitzt, ne? So wie ich zum Beispiel jetzt gerade hier drin bin in KI erwachen, ne? Ihr seht, das ist KI erwachen rechts, ist 93 Kilometer weg. Bedeutet, die Gegner spawnen dann dort, ne? Das heißt, wir sind jetzt auch bei der nächsten Welle, die kommen wird, also Welle 2, manchmal Welle 3, sind wir trotzdem noch in unserem Sicherheitsabstand und können einfach die schnellen Schiffe erstmal abfangen. Das ist auch ziemlich geil. Ja, der Spawn variiert aber auch manchmal ein bisschen. Ja. Aber, ähm... Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr so 80 Kilometer rein warbt, Leute, dann wird auf jeden Fall nichts passieren. Genau. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und ja, Leute, natürlich, wenn ihr zum Beispiel in den Tenorapids drin seid, dann könnt ihr auch mit uns gemeinsam rumfliegen, ne? Gilt ein Video dazu, findet ihr auf der Endcard extra nochmal, wie ihr beitreten könnt, wie ihr euch bewerben könnt, falls noch Plätze frei sind, wenn ihr das Video online kommt, ne? Könnt ihr euch gerne bewerben. Aber ihr seht zum Beispiel, ne? Auch mit unseren krassen Waffen, es dauert dann einfach, bis die Mimidon als Beispiel mal umfällt, ne? Und deshalb, die wollt ihr nicht als Erste angreifen. Ihr wollt nicht in diesen Haufen reinspringen und euch diesen Damage abholen auch noch, ne? Also, ja, wie gesagt, macht am besten echt unsere Taktik. Dann schafft ihr auch alleine eine 1,5 Millionen Mission. Das wäre jetzt auch noch zum Beispiel für mich jetzt nicht so schwer gewesen, auch für Eberdor natürlich. Das schaffen wir auch alleine, ne? Nur bei den höheren Missionen, 4 Millionen, ist auch möglich, auch mit dieser Taktik alleine das zu schaffen. Ähm, auch mit einer ganz normalen Caracal Trainer, die ihr kostenlos bekommt. Aber ihr braucht trotzdem dementsprechende Ausrüstung. Ihr müsst die Skills leveln. Also, jedem ist es nicht empfehlen, das zu machen. Aber natürlich, wer mal ein bisschen, wie soll man sagen, boah, ein bisschen high-end Luft schnuppern will, ne? Und bis auf die Schnauze bekommen, kannst du dich auch tun. Und was ich jetzt machen könnte, übrigens auch noch, wenn es nur noch einer lebt, dass ich an den Rand fliege, ihn umkreise, in einer engen Radius. Das werde ich mal machen, allein um es euch zu zeigen. Das heißt, ich drücke auf ihn drauf und drücke auf umkreisen. Halt ihr meine Finger darauf gedrückt und stelle es zum Beispiel ein, yo, geh mal ran so auf 8 Kilometer. Warum? Das heißt, mein Schiff fliegt jetzt ran und ich kann dann ihm Energie ablutschen. Beim letzten Gegner natürlich eine sehr geile Sache. Übrigens, wenn ihr auch in den Gegner reinfliegt, so wie ich es gerade mache, und er jetzt auf Eberdor schießen würde, nicht auf mich, dann kann ich das Feuer auf mich ziehen, sozusagen. Er hat es nicht gern, wenn jemand in ihn reinfliegt. So, einmal so. Aber ihr seht, ohne Afterburner, ohne Nachbrenner, es dauert halt, bis ich dort bin, falls ich ihn überhaupt einholen kann. Und wenn ich Eberdor hinterher fliege, kann es sein, dass man zu langsam ist. Also es ist immer eine Überlegung wert, sich einen Afterburner mitzunehmen. Vor allem auch, wenn man dann nach der Mission glücklich und fröhlich, ja, ihr seht's, ich komm nicht mal ran an ihn, falls ihr nach der Mission glücklich euer Loot haben wollt, dann seid ihr auch schneller mit dem Nachbrenner. Das ist auch ein Grund, warum es auf jeden Fall ganz gut ist, die Kleinschiffe zuerst abzuschießen, weil die meistens schneller sind, als man selbst. Auch? Und wenn die auf eine Entfernung kommen, die euch daneben schießen lassen, was ja zum Beispiel halt bei anderen, wie zum Beispiel bei meiner Stabber hier gerne passiert, wenn sie auf unter 8 Kilometer sind, wird es unangenehm. Das ist halt ganz gut, wenn sie vorher abgeschossen werden. Und natürlich auch, und auch natürlich hier die ganzen Effekte, die die Kleinschiffe mitbringen, die saugen nämlich einen oft Energie ab oder verlangsamen euch oder hindern euch sogar am Borben später. Das kann ich auch festhalten, ja. Das hat mir schon schmerzlich festgestellt. Ich kann euch auch festhalten, da könnt ihr nicht wegworben und seid einfach mal Fischfutter. Aber ja, ihr seht, das ist hier jetzt alles kein Stress, vor allem, wenn man halt richtig geskillt hat mit der richtigen Ausrüstung. Ich müsste jetzt nicht hier in der Range bleiben, ich kann nicht auch weiterfliegen und wegfliegen, ne? Aber ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Im Notfall habe ich nämlich auch noch immer meine Batterie dabei, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann, dass euch die kauft. Ich weiß, die kostet viel Geld, aber wenn es zum Beispiel 3 Millionen sind, es lohnt sich, ne? Es lohnt sich einfach. MK5 Medium Kapazita Batterie. Dann guckt mal jetzt auf meine Batterie. Ich zeige euch ja mal alles, was so gut es geht. Ich drücke drauf und bam, habe ich hier 55% meiner Energie. Kann wieder mein Schild hochboosten und so weiter und so weiter. Also das kann euch auch ziemlich den Arsch retten. Natürlich muss man überlegen, ob man einen Damage Controller mitnehmen will, dass er mehr Schaden machen will. Wo ich zum Beispiel eins von der Fraktion habe, vom Fleet, ist jedem sicher überlassen. Man kann auch nicht mehr nach Brenner mitnehmen oder halt noch ein zweites Schild, ein zweites rotes Schild geht auch. Ich weiß, das ist auch ziemlich kostspielig, aber auch das lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. So Leute, erste Welle besiegt. Ihr seht, zack, kommt sofort die nächste Welle. Und die ist jetzt ein bisschen weit weg mit 119 Kilometer. Aber wie gesagt, das seht ihr auch daran, wo die kosmische Anomalie ist. Wir sind jetzt von der Anomalie, ähm, äh, wo ist sie denn? Ah, hier oben. 113 Kilometer weg. Und so circa sind auch die Gegner, ne? Mal mehr als 10 Kilometer neben, mal weniger als 10 Kilometer neben. Also jetzt entweder, du fliegst ein bisschen näher ran oder du chillst deine Nuggets und lädst deine Energie auf, ne? Lass deine Energiespeicher ein bisschen leveln, ah, aufladen wieder und wartet, bis die schnellen Schiffchen bei euch sind. Ist nicht jedem selbst überlassen, ob man sagt, jo, man chillt noch ein bisschen oder man geht halt jetzt komplett rein. Äh, ich bin meistens der Chiller, aber hier muss ich sagen, ja, ein bisschen werde ich jetzt ranfliegen. Könnt ihr aber auf Annähern drücken, dann dreht er sich eh um und fliegt in die richtige Richtung. Aber ja, wie gesagt, ihr könntet jetzt auch zum Beispiel euch einen Kaffee machen einfach, Weil je nach Gegnertyp haben die natürlich nicht so eine große Reichweite, ne? Es gibt natürlich Gegner, die schießen euch auf 60 Kilometer schon ab, ähm, aber hier bei uns, wie ihr seht, da kommen die Nuller rein die ganze Zeit, die treffen einfach nicht. Ja, vor allem, man muss halt, äh, auf sich selbst gucken, ähm, was ist die eigene Stärke, muss man da ran, muss man weit weg und, äh, dann variiert es natürlich auch, gegen was für eine Fraktion man kämpft, ne? Auf jeden Fall ist auch ein Unterschied, ja. Ihr seht übrigens, welche Fraktion es ist bei euren Missionen, die hier zum Beispiel ist fraktionslos, wo wir gerade sind, das seht ihr hier unten, da ist kein blaues Zeichen, kein rotes Zeichen, kein grünes Zeichen, kein gelbes Zeichen, ähm, im Gegensatz zu dem hier zum Beispiel, hier seht ihr, ähm, der Weg eines Soldaten ist eine blaue Mission, das heißt, da sind die Caldari, ne? Und hier ist es einfach fraktionslos, da kann irgendwie gefühlt alles spawnern. Das sind halt Piraten, die jeweiligen Fraktionen, aber ich sag jetzt mal, genau genommen sind es dann halt, äh, zum Beispiel Piraten oder Drohnen, was das auch gerne, äh, aus den Schiffen gemacht wird, die, die Besatzung ist halt eine andere. Was auch immer geil ist, wenn ihr euch natürlich in der Nähe befindet, ist eine kleine Drohne, eine small Drohne, Leute, die kann euch den Arsch retten, sie kann derzeit nicht wirklich vom Gegnern abgeschossen werden, außer halt, das sind Spieler, die können die anvisieren, im Normalfall, aber diese ganz normalen Gegner, die wir hier gerade bekämpfen, visieren eure Drohne nicht an, bedeutet, die können sich eigentlich abschießen, und bekommen die ganze Zeit Damage von eurer Drohne. Das kann sich ganz schön summieren, wenn die Drohne, äh, wenn die Drohne, wenn die Drohne zwischendurch so 50 Damage rausballert, und das halt die ganze Zeit, das summiert sich halt hart, und vor allem, wie gesagt, sie umkreist den Gegner mit so einer extremen Geschwindigkeit, ähm, dass er sich überhaupt nicht erwischt, beziehungsweise, PVP kann es euch passieren, aber, wenn eure Drohne einfach abgeschossen werden sollte, ähm, sie fängt an, weiß zu blinken, dann wisst ihr, okay, die wird gerade anvisiert, die Drohne, dann könnt ihr die Drohne in eure, in eurem Finger nehmen, so, einfach rumziehen, und die Drohne hier einpacken, ne, einfach zurückholen, und dann ist sie safe wieder in eurem Schiff drin, auch ganz wichtig, falls die Drohne mal angegriffen werden sollte, sie blinkt weiß, also, das ist auch, glaube ich, etwas, was nicht jeder weiß, weil das ist so komisch, ähm, ja, es wird ja mehr nicht viel erklärt, ne, zum Glück bin ja ich da, gerne abonnieren, um nichts zu verpassen, und sollte übrigens ich oder Evador irgendwann mal zu viel Schaden bekommen, weil alle auf uns schießen, könnt ihr euch einfach rausworpen, und dann wird der andere fokussiert, und ihr bekommt nicht mehr die ganzen Damage ab, also sollt ihr mal euer Schild im Arsch sein, eure Energie im Arsch stehen, einfach kurz rausgehen, ähm, bei der Station andocken, zurückkommen, und ihr seid halt nicht mehr derjenige, der hart drangenommen wird, ne, richtig, das praktische durchs Andocken ist halt auch noch, ähm, für den, der sich zurückziehen muss, das Schild ist, äh, also das Schild ist sofort aufgeladen, die Energie auch, und wenn man Panzerung verloren hat, kann man es nur schnell reparieren, genau, ist auch nicht so toll, also es hat einfach nur Vorteil, wie gesagt, sollt ihr einfach low werden, was jetzt bei uns gerade nicht der Fall ist, einfach kurz zurück, es ist keine Schande, und dann könnt ihr gleich wieder zurückworpen, so Leute, abgeschlossen, zwar nur zwei Wellen, und ihr habt gesehen, äh, das war jetzt echt kein Problem, ne, vor allem stellen euch vor, ihr seid zu viert oder so, und habt jetzt zwar nicht so eine geile Ausrüstung, aber zu viert können die Gegner halt so hart verarschen, unter Anführungszeichen, dass immer wenn einer gefokust wird, zu viel Damage bekommt, einfach rausworpen, dann wird der andere fokussiert, inzwischen kommt der andere wieder zurück, also ihr könnt euch den Damage auch gut aufteilen, immer auf Entfernung bleiben, und was das Schönste ist am Ende, falls was droppt, ist noch nicht der Loot, und den, Leute, immer fair aufteilen, looted nicht während der Mission, das ist sehr gefährlich, dass ihr abgeknallt wird, äh, ist es nicht wert, auf keinen Fall, looted einfach danach, und redet mit euren Kollegen, die dann dabei sind, was können die brauchen, oder wenn ihr zum Beispiel irgendwas arschteures droppt, dann bekommt es halt bei einem mal der Spieler, beim andern mal der Spieler, oder wenn ihr zum Beispiel in einer Zehnergruppe rumfliegt, das ist nur das Beispiel, dann sollte der Loot natürlich demjenigen gehören, der die Mission auch gehört, als Beispiel, und so kann man sich ja gegenseitig helfen, und man unterstützt damit ja seinen Korb, auch, damit das Geld, dass man, sozusagen die 15% zum Beispiel bei uns auch gehabt, die gehen dann einfach in den Korb rein, und da haben alle was davon, ne, Leute, ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen, so schafft auch ihr, die schweren Mission, ich kann mir die Kamera reinschalten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute, bis zum nächsten Mal, abonnieren, nicht vergessen, um nicht zu überpassen, wenn auch mehr Tipps und Tricks braucht, egal zu was, zum Handel, oder Prinzipien, die ganzen Knöpfchen, die hier rumeiern, wenn ihr euch nicht so auskennt, einfach die anderen Tutorial-Videos angucken, in der Playlist, verlinkt, jetzt auf der Endcard, und auch gerne der Gilde beitreten, falls noch was frei ist, auch das Gilden-Video jetzt auf der Endcard, haut halt rein, danke immer doch fürs Mitfighten, immer gerne doch, wir werden jetzt hier ganz genüsslich looten, und dann zur nächsten 1,5 Billionen fliegen, haut halt rein, und ciao, 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 Ciao,